Der Bundesrat und das Parlament wollen die Bevölkerung besser vor Terroranschlägen schützen. Mit dem neuen Gesetz könnte die Polizei präventiv gegen Personen vorgehen, von denen eine konkrete terroristische Gefahr ausgeht. Die Polizei könnte sie besser überwachen, ihre Bewegungsfreiheit einschränken oder ihnen Kontakte ins Terrormilieu verbieten. Gegen das Gesetz wurde das Referendum ergriffen. Die Gegner kritisieren, die neuen Massnahmen verletzten die Grundrechte und seien willkürlich. Worum geht es im Detail? Beim neuen Gesetz geht es um die Verhinderung von Terroranschlägen. Die Polizei soll präventiv gegen sogenannte terroristische Gefährder einschreiten können, bevor es zu einem Anschlag kommt. Auch terroristische Propaganda soll unterbunden werden. Die Behörden hätten bei einer Gefährdung verschiedene Massnahmen zur Hand. Sie könnten eine Person verpflichten, an Gesprächen teilzunehmen oder sich regelmässig auf eine Behörde zu melden. Weiter wären ein Kontaktverbot, ein Ausreiseverbot, eine Ortsbeschränkung und im äussersten Fall ein Hausarrest möglich. Der Hausarrest müsste von einem Gericht bewilligt werden. Die betroffene Person könnte jede Massnahme beim Bundesverwaltungsgericht anfechten. Die Massnahmen müssten auf den Einzelfall abgestimmt, befristet und verhältnismässig sein. Zwei Referendumskomitees kritisieren das neue Gesetz aus verschiedenen Gründen. Die schwammige Terrorismusdefinition öffnet Tür und Tor für Willkür. Das Gesetz gefährde unbescholtene Bürger. Die Gewaltenteilung werde verletzt, weil die Polizei die neuen Massnahmen, mit Ausnahme des Hausarrestes, sowohl anordne wie auch durchführe. Die vorgesehenen Massnahmen würden die UNO-Kinderrechtskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention verletzen. Das Gesetz schadet dem internationalen Ansehen der Schweiz. Für Bundesrat und Parlament genügen die heutigen Instrumente zum Schutz vor Terrorismus nicht. Mit dem neuen Gesetz könne die Polizei präventiv gezielt einschreiten und die Bevölkerung besser schützen. Die neuen Massnahmen ergänzten die bestehende Strategie zur Terrorismusbekämpfung. Terrorismus müsse entschieden und frühzeitig bekämpft werden. Dazu brauche es wirksame Instrumente. Die Massnahmen seien vereinbar mit den Grundrechten der Europäischen Menschenrechtskonvention und den Menschenrechtsabkommen der UNO. Aus diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament ein Ja zum neuen Gesetz.